Hi Leute, wir vom Angekommene Team haben unsere Rikscha heute eingepackt und sind ins Elan gefahren zum Art of Breaking, dem Breakdance Contest, der schon zum zweiten Mal dieses Jahr hier in Fürth stattfindet. Wir haben gerade schon den Junior Contest gesehen, das Junior Battle, und haben richtig, richtig coole Sachen erlebt, richtig coole Tänzer gesehen und gerade eben hat das Main Battle angefangen, also das Erwachsenen Battle. Wir hatten schon die Möglichkeit in unserer Rikscha verschiedene Leute von hier zu interviewen, unter anderem den Moderator oder die Juroren. Wir werden auch weiter für euch berichten von hier, aber ihr habt natürlich jetzt auch noch ordentlich Zeit, alles still und liegen zu lassen und hier vorbeizuschauen, denn die Main Battles werden noch ungefähr bis 10 Uhr gehen. Also bis gleich! Musik 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 Musik